Lange ist es her, da hat mal einen etwas angefangen zu bauen. Etwas wie in einem grossen Kasten, die Leute, die es sich haben geschaut. Sie haben einen gefragt, was soll das geben, ein Schiff hat sie gesagt. Aber es ist kein Meer gewesen und kein See dort weit und breit. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, den Mann, den spinnt es. Und sie haben die Köpfe erst recht geschüttelt, wo das Schiff durch später hat eine Länge bekommen von 300 Metern, 50 Meter breit, 30 Höhe und Donau. Seitlich in der Wand der Riesen-Türe ist gekommen. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, den Mann, den spinnt es. Und sie haben ihn gesehen, das Schiff, Nähleuen und Giraffen, Nachtigallen, Zebra, Elefanten, Soe und Affen, Schlangen, Kühe, Inoceros, Gazelle, Dromedar, Känguru und Kolibri von allem gängig ein Paar. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, den Mann, den spinnt es. Und wo die Tiere sie drin waren, war er selber dumm in seinen Söhnen und seine Frau und seine Schwiegertöchterinnen. Die Leute haben sich versammelt und kollegiert draussen, wo er hinter sich die grosse Türe zu hat. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, den Mann, den spinnt es. Aber drauf hat es angefangen zu regnen, wie noch nie auf Erden. Langsam hat man die Flut gesehen steigen und gängig höher werden. Mal noch hat der Mann im Schiff gehört, rufen, lädt uns rein. Aber gleich drauf ist die Zendung eine Totenstille gewesen.